Hallo, herzlich willkommen. 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 Ich bin doch ganz schön. Ich schwill das schon länger. So, jetzt. Lausche hier los. Wir müssen mehr nach Hause. Und jetzt. Ich nehme gleich dann auch auf. Bauchhammer. Ich nehme zwei. Ich nehme zwei. Ich nehme zwei. Ich nehme zwei. Und jetzt. Ich muss dort bei dem Kühlschrank. Ich nehme jetzt auch auf die Energie, du musst da ein Essen kaufen. Der habe ich, ich habe Essen in Kauf gegessen, das habe ich aber Hunger bekommen, aber Energie ist nicht auf 7 und 24. Ah, da musst du dort bei den Spielkunden nehmen. Und jetzt nehme ich hier auch auf und wir spielen jetzt Roblox den Info-Singulator. Ah, da musst du schlafen. Aufwand, oder? Okay. Während wir jetzt warten, bis das Video hochgeladen ist, schauen wir jetzt, was es da ein Shop für uns gibt. Ich glaube, wir können in diesem Moment jetzt kaufen, ja genau. Oh geil. Der Roboter. Ähm, vielleicht kennt ihr das Spiel. Also Roboter, das kennt ihr? Und hier ist der Info-Singulator, der heißt Info-Singulator. Ja. Ähm, mein Nummer, wo die Limmgörder sind, sehr geil. Ich will doch. Niederlässt. 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 Perfekt. Weiter. Niederlässt. Ne, Nova Boy kauft nur ein besseres Setup. Ähm, ich verlinke Nova Boy in dem Videobeschreiben. Er verlinke mich auch. Kannst die Runde auch die Runde runterzmaken. Ja, ich muss noch den Link, kannst du mir bitte es kurz schenken? Schicken. Ey, du kannst auch einfach den Link holen. Lässt auf meinen Profil. Ah, ich habe nie 4h2. Äh, der Wippelrouter ist da nicht voll gut. Wir machen jetzt noch richtig viel Videos am Stück. Das ist, glaube ich, die beste Taktik. Ich habe eine Idee, Nova Boy. Wir könnten ja nachher vielleicht so einen Tycoon oder so machen. Also, dass wir das mehr Gegnern ankommen. B10.0, wie du mich bist. Boah. Hier sind wir von den Mäusern. Oh, oh. Nee. Ich habe viel Schub. Ui, da ist mir jetzt etwas eingefahren. Ja, kann man nämlich tauchen. Ne, keiner muss. ... Da sind wir so dabei. T pleas. Kein Geschick. Diese Att 180. 69. 3, 4, 5. Ich habe auch Jord Their Buchan. Hey, Noah Boy, irgendwann bekommst du dann auch so ein Handy, wenn du also aus einer Wohnung bist, kannst du so auch Abos und dann den Dings holen. Ich verstehe. Ich habe einen Lohn, guck mal, das ist ja geil. Ah, da haben wir Handys. Ja, die bekommst du so viel aus. Dann machen muss ich jetzt was essen und ich will wieder zurück. Ja, ups, kann ich jetzt mal. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja den ganzen Tag. Was bringt er, was muss ich aufreißen, was ist Mikro? Eigentlich lohnt sich gar nichts, weil ich meine, es bringt ja alles nichts. Was soll ich machen? Ja, du kannst hier einfach halt so für Spaß kaufen, aber viel bunt ist ja nicht. Ich glaube, irgendwie brauchst du mich auch nix. Nein, du kannst da auch meine Aufnahme gucken, es passiert nichts, es sieht da auch nur geil aus. Und halt auf die Energie kommt es auch nicht drauf an und so. Es muss nicht mal alles gut sein. Für M-Videos. Luni. Ja, ich scho. Schönen? Ja. 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 Loni, mach jetzt noch der Runde vor Stande. Wie seh ich die Kommentare? Ähm, wieso? Kennst du das schon von jemandem? Nee, wie die Kommentare sind. Ähm, irgendwann kommen solche und dann... Bei mir ist es einmal gewesen und jetzt nicht. Ja, die kommen immer zufällig. Ich werde alle Spiele freigeschalten und nicht nur über die höheren Spiele. Sind... gibt mehr Geld, auch die kleineren. Das weißt du. Ja. 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 schon drei Millionen. Ich höre das in real life. Leute, immer noch 19 Abos, das muss höher. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr dieses Video seht und ihr halt mir dann nicht abonniert, dann ein Kommentar schreibt, dann ausreiche ich euch zurück. Boah, yes! Cupid ist im Trend. Boah, nun heute ist so... Ja, bei Mpings dachte man ab 1 Millionen. Aber was man kriegt, ist jetzt im Trend. Das hast du halt noch nicht. Ja, kannst du mal gucken. Ja, ich hab's gesehen. Boah, du tust mir so leid. Ich hab das nicht. Juhu... Bei mir ist diese Meiste... ... mit diesem Freund... Die soll weg! Scheiße! Und jetzt geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, der macht noch... WTF?! Ich habe gerade... ...fünfzigk? Sechzigk? Siebzigk Abonnenten auf einem Video. Neunzebzigk auf einem Video. Neunzebzigk auf einem Video. Neunzebzigk... Ich habe 525... ...undzwanzig... ...kopsie, komm auf... ...kopsie... 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 ...das war mir jetzt... ...das Video hier... ...Pfff... ...gegen leider ich auch noch eins hoch... ...ich mach auch noch schneller eins... ...nachwerten... Tycoon... ...ähm... ...du musst mir joinen. Aber glaube... ...ähm... ...ne... ...er hat mehr... ...wie ich... ...und... ...kopsie... 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 ...ja ok... ...nachern... ...mhm... ...kopsie... ...ja... ...dann... ...lief... ...und schon... ...ja... ...ich gehe jetzt... ...wenn ich das Video hochgeladen habe... ...in den Tycoon... Äh, warum bin ich gestorben? Egal. Okay, ähm, lief ich... Ich habe 14 km. Ich habe, warte kurz... Egal, lief, 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 lief. Ich habe... 6,8 Mio. Naja, mach jetzt. Also ich selber habe den Tycoon auch noch nie gespielt. Ja, mhm. Glaub ich dir sowas von. Ich habe es nur bei meinem Bruder gesehen. Warum machst du dir eigentlich zwei Accounts für zwei PCs? Du kannst dir den gleichen Account auf beiden PCs haben. Kannst du dir das Passwort... Du hast ja ein Passwort. Ja. Aber das Passwort ist geändert worden. Egal. Okay, wurde es direkt. Also mach jetzt. Naruto... Ach der Scheiße, den habe ich schon mal gesehen. Ich habe so gar keinen Bock, irgendwie. Das ist den anderen. Hast du den schon mal gespielt? Hast du den schon mal gespielt? Ich habe so' ich mich für die Hand. Faktur, das ist es so auf beiden Hand. Ich habe so auf die Hand. Anundenn Er ist ein Dette Kling. Es ist ein Dette Kling. Her ist das ein Dette Kling. Ich habe so' tăngren. Das ist das ein Dette Kling. Ich habe so' und ihn mit dir. Es ist das ein Dette Kling. Und eit lief, das sollt ein anderer sein. Das ist ein Gefeikter, er darfst du genommst um dichin. mach jetzt aber der ist es ja der ich bin mir sicher warte nicht scheinen ich ja das ist doch und wie heißt er an ihm hat es mir spielt oder was ich weiß auch nein alles voll nur noch eins ich nehme den den ich wohl nicht mal gespielt habe auch hatte kann man sich hier kaufen let's go ich sag's dir ich sag sie ich wollte übrigens nicht ist nur eine abzocke die lügen dich an ja und hat das sogar gekauft und die hatte das nicht bekommen er hatte nur so hast du jetzt schon aufgeladen ja dann machst du wie ich wie schlau kaffee an mir nämlich waffen kauf wirst du weiter sein ich kauf mir jetzt nämlich gerade fenster dann kommen ja ja ich muss mir dann das nächste so jetzt kommt niemand mehr bei mir rein also ähm komm mal zu mir ich bin kurde wie der heißt komm mal zu mir ich mach dir auch auf ja komm mal zu mir dann bist du geschützt bei mir ich habe auch noch keine waffen alles ist jetzt dazu teuer das ist das dumme wollen wir nach einem tag spielen den habe ich gespielt ja ähm ich habe kein video dabei aufgenommen dann kann ich das gar noch machen ähm was geht's bei dem militär es wundert dich nicht dass ich ein rpg hab du rpg rpg ganz normal für mich ganz normal die frage ist ob es gespeichert hat gespeichert ja ich habe mehrmals gespeichert natürlich komm ich mit der rpg das problem ist ich habe drei und wenn ich stirb habe ich wieder drei da kann man sich nichts dazu kaufen und ich habe ich habe glaube ich eine der besten waffen oder sogar die beste nein die beste ist eine die man sich für robux kaufen muss wie viel job hast du ich kannst du mir mal aufmachen ich will dir etwas zeigen du bist nicht mal bei mir ja gleich ich habe eins fünf jetzt ja fünf kannst du aufmachen ich komme kannst du aufmachen du hast keine punkte bekommen ah komm jetzt hau ab ah danke du hast kein geld dazu bekommen ja bekommt man auch nicht doch weil wir stehen kein geld dazu so also du wolltest das ist wenn du auf dem ding stehst aber bei mir kommst du nicht ran also du wolltest schläge wolltest du schläge wolltest du schläge komm zu mir es ist frisch hier schnell ich will keine wie viel job hast du ich habe drei äh sechs eins eins zwei drei vier fünf ich habe fünf das ist ein mini Vorsprung im mini zi ax wuuuuu Was auch immer das ist. Es sieht gut aus. Ich wollte einen Rufi nehmen. Den hatte ich letztes Mal. So, ich kann klettern. So, jetzt kaufe ich mir mal den zweiten Stock. Kaufe ich mir auch noch ein bisschen will. Wer bist du schon wieder? Ich bin auf den zweiten Stock und ich bin Goku. Also ich bin so das Blau, Dunkel, Grün. Ich gehe Kakashi angreifen. Du musst zuerst mal reinkommen. What the? Was hatte der? Geist mich doch mal an. I don't want to know. Ich gehe kreifen dich auf den anderen Stock. Wo ich bin so ein bisschen will. Ich gehe mich auf das Problem. Ich gehe mich an, ich gehe mich an. 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 und du bist tot hey wie kommst du hier rein ja komm raus du musst jetzt erst mal aufmachen egal ich bin beim falschen reingegangen ich bin so dumm egal ich muss mir dann kurz was ich muss auch auf ja ok weil ich würde sagen ich bin so dumm nachher ich bin so schön